so weiter geht's mit der system syndicate und ja wir haben einen typen freiwillig abgearbeitet oder beziehungsweise abgeliefert und freiwillig ehrlich gesagt und haben das nächste teilgebiet der temsil freigeschaltet sehr gut das heißt uns fehlt nur noch zwei gebiete wahrscheinlich von der temsil das klima noch alles noch hin dann noch kurz bei mir die schnellreise dahin zu dem gebiet zu dem nächsten schnellreisepunkt damit wir dann weitermachen können so dauert jetzt einen kleinen moment bis der das da irgendwie sich zurechtgeladen hat bis der da irgendwie mal da ist an dem punkt so kleinen moment ja jetzt war so hallo katze dann gucken wir mal aber jetzt muss ich gerade nur kurz gucken wo ich hin muss nachher hin auf die schiffe ok da ist der nächste punkt mit dem kleinen dampfer der da liegt man sieht es ja wir wollen ja teilgebiete ich weiß noch nicht ob es sich selber schaffen wir jetzt die gebiete zu hobern wir müssen es jetzt einmal machen das ist das problem so ich komme jetzt wieder schnell zu kommen ich muss jetzt so hoch warte ich muss mal kurz hier hoch komplett hoch ich gehe auf den schornstein hoch genau damit ich ein bisschen höher sitze okay dann müssen wir es halt anders machen und zwar Nummer zwei von 32 aber das ist jetzt egal die man immer ja die semester sind wir nicht für diese schnellreisepunkte dann nehmen wir noch schnell hoch und nehmen uns den punkt eben kurz vor damit ich weiß was uns hier so erwartet da ist noch eine templerjagd da ist noch eine kopfgeldjagd okay die kopfgeldjagd als erstes simon chase die kopfgeldjagd die kopfgeldjagd ich versuche mal auf das Haus da eben rechts zu kommen weil das ist am einfachsten weil dann weiß ich zumindest was ich machen muss was mich so erwartet vor allem wie gesagt hauptsächlich an Feinden sie leben zu auch ganz oft ja auch schon jetzt ab also das war nicht ja geh mal weg da ja ich habe auch keine kutsche die irgendwie gerade in die richtung fährt ne mal weg hier ja das ist natürlich super ich habe vor allem auch erst hinter mir naja dann ist halt ja nochmal super 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 also wollen wir es nochmal halt da in dem Moment musst du natürlich genau hier stehen bleiben lasst du dick mal bitte hier durch ich mach mich mal hier hoch weil ich muss sie erst auf der haut schon wieder ab warum haut den immer ab müssen wir jetzt da ich weiß jetzt gerade gibt es Neuigkeiten da steht mir doch nicht alle gleich gleichzeitig im weg da ja es ist das bild da dass ich den natürlich jetzt abliefern muss erst doch mal ja tut mir leid ja es ist mir auch egal in dem Moment also was muss ich jetzt ich stehe natürlich jetzt habe ich natürlich dass mich keiner sieht ich meine das war jetzt nicht das schwerste also klar ich muss jetzt erst ein zweites Mal versuchen aber ich habe trotzdem die Aufgabe ja egal so nix die teilgebiet weg gemacht weggearbeitet so die temse so dann fehlt es eigentlich nur noch ein teil und zwar hier oben ne templer jagd aha ok ich mach mal kurz die schnellreise hier hin weil ich ein bisschen herausgef- kann ich nicht kann ich nicht reise machen doch kann ich kann ich nicht kann ich nicht dann habe ich gerade was ich jetzt nicht da hoch kann jetzt geht's ok war nur wie mal so ein kleiner packer oder sowas mit drin dauert einen kleinen Moment was ist jetzt los aha ja die Gängernführerin naja wir haben tatsächlich die junge Dame aus Zausberg die geischen ich werde aus jedem Fall verschwändest meine Zeit du bist verhaftet perfekt umschloss Gott war verlauer oder verfiss dich Er ist hier! Komm zurück, ich bin noch nicht zuerst mit dir! Ich kann wieder schießen! So ist es. Leck mich doch einmal, Schatz, auf das Ziel ist gekommen. Weil man ja natürlich erst mal ewig gebraucht hat, bis man hier irgendwie was machen kann. Das heißt, ich muss nochmal zurück zur Schnellreise. Und dann den nächsten Teil versuchen. Natürlich. Schade. Aber das hat mir jetzt tatsächlich so ein bisschen an meinen Plan reingefressen. Wie gesagt, klar, ich mache ja. Ich habe momentan einfach so kürzere Folgen zwischen 12 und 15 Minuten. Wie gesagt, ich glaube daran, dass ich dann halt ein bisschen was mehr raushauen will. Und alles drum und dran, weil ich noch ein paar Sachen zu erledigen habe die nächste Zeit. Und halt dazu mehr Content füttern will. Deswegen, wenn wir jetzt gleich dann keinen Break machen. So, kurz mal eben kurz gucken, was wir hier noch als nächstes erledigen haben. Ja, die Templer jagt hier oben, genau. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss! 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 Vielen Dank.